Das ist jetzt Bangkok Hauptbahnhof im April. Wie man sieht, es ist ganz schön voll hier. Wir sind doch nicht, der im April. Wir sind also in der Zeit, die ich habe. Wir haben die Einladung, die wir hier haben. Wir sind hier ein paar Sachen. Wir haben hier ein paar Sachen, die wir arbeiten. Wir sind hier ein paar Sachen. Vielen Dank für's Zuschauen.